So, in der Query meine ich. Haben wir noch richtig viel. Du wüsst nicht wieviel ich schon hochgeholt hab, oder ehrlich gesagt auch zu Spitzhacken verarbeitet hab. Oh, und wir haben anderthalb Stacks Eisen, ja. Geil, was gleich wieder weg ist. Aber wir brauchen eigentlich keine Generatoren mehr, weil wir mit den Kabeln eh nicht hinterher kommen. Mit irgendwas kommen wir nicht hinterher. Eigentlich bestehen Mod-Packs nur daraus, das schwächste Teil zu erneuern und dann wieder ein neues schwächstes Teil zu haben, das man wieder erneuern kann. Oder muss. Oder muss. Oder kann. Oder will. Gag of Sacrifice, bitches. So hart bist du schon. Wird erstmal Lenny ausgesaugt. Ich geb mir jetzt erstmal meinen Dagger auf Sacrifice infusen. Du mach ich dich kaputt. Infuse doch schneller. Du länder um. Du länder um. Du länder um. Und du länder um. Und du länder um. Kann ich jetzt wie die Matrix rein so. Pass auf die Schlucht. Wieso hab ich hier so'n Licht-Bug? Weiß ich nicht. Vermerkwürdig. Hab ich vor schon an einer Stelle gehabt. Warte mal. Ah, Decker of Sacrifice. Ah ja ja. Ist gut da ja, ne? Ist sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Ah, weg ist der Licht-Bug. Willi, 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 gut. Einfach einmal Neujoin. Lenny, ich will dich anzapfen. Hier kommt die Telekom. Vielleicht darf ich dich einmal anzapfen. Aua. Ich bin einmal angezapft. Ich hab mich nur eben angezapft. So viel Damage macht der ja nicht. Nein. Geh weg mit dem FL-Studio. Tschüss Tobi, geh raus. Tobi? Das ist nicht Tobi, das du den FL-Studio nimmst. Du ist grad oben. Na. Tobi. 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 Okay, dann gehen wir alle in unten. Okay. Kann da glaub ich auch rein, oder? Das sollte er nicht. Ne. So einfach geht das. Warum ist das Programm da gewesen? Das ist, äh... ne gute Frage. muss wieder keiner verstehen kann auch woanders machen hat das sonst eine stalker ja das blut ist zu schwach ich muss mal conveyor belts machen wegen der blaze na ja dann halt eine ewigkeit dass immer robber gemacht ja wo auch nicht mehr viel von da ist verschwindet ja auch schnell robber ein bisschen eisen noch so los brad mal und schwätze habe ich eh drei liter dabei ich brauche menschen so menschentäpsel ach so ich hab so genug seh dich wie derf ich seh dich so ich habe jetzt erstmal stacken variables gemacht ja das ist ja genug gefarmt da soll man einmal kurz die leitung umkappen wäre sinnvoll ne na jetzt ist er wieder rausgegangen na ja deswegen ja ich hab grad auch gesehen mann 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 die kiste wie schnell wieder voll wird wo ist er jetzt das was hat er denn jetzt am problem ne voll ist er ok der schafft nicht mal das deckweise wir haben wir haben keine bäre mehr jawoll die bären aus der kiste sind raus alle roten ja gut ok problem nummer eins geschafft wir müssen mehr bären anzapfen das schwächste glied sind die bären jetzt wieder so neues problem ja klar brauchen wir mehr bären so 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 ich verstehe überhaupt nicht was der d hatte das ist irgendwann nervig und außerdem kann man mit internet arbeiten bisschen steht alles genau drin aber nicht bei einem mod aber von kopf schon die kiste ist voll die kiste ist voll so ein bisschen abgepumpt ja ein bisschen die kiste habe ich jetzt abgepumpt so was ich vielleicht direkt in das berl da hinten rein punkten das ist jetzt hier gemacht die conveyor wird kommen da unten rein sollen wir dir nicht woanders hin bauen und das ist wäre ja mittendrin das ist wenn du das hier hinten dich konzentrierst also hinten in der ecke weil da haben wir ja platz hier dann mache ich dir die ecke frei ja ich weiß nicht wie weit die der radius von den spawnern ist ja hier sind wir auf jeden fall in der nähe du möchtest den platz hier fertig ich weiß nur nicht wie ich das machen soll jetzt brauche ich dir hintragen das ist ja nicht das problem musst du sagen dann halt wo der spawner muss halt darunter block packen ja das ist ja mein problem so ist das ja nicht schwer was wollen wir denn für eine range und was für einen unkreis spawnen die denn gute frage nächste frage ja was haben wir denn da drüben das wollen ja auch keine draußen drüben ist das gar nicht so groß ja vier in die richtung deswegen ist ja nicht groß vier so hier irgendwo oder drei ähm ja vier ein der platz reicht so lange auf jeden fall ja 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 drei vier eins zwei vier ja gut du müsstest jetzt halt noch einen richtigen käfig drum machen weil wenn ich das jetzt abbauen würde später wenn ich das ich mach das ganze auch noch weg das heißt du müsstest ja hier weil noch eine reihe dazu haben das heißt du müsstest wände ziehen cobblestone ja ja ist doch schon sicher wer da drüben aussieht ok können wir eh nachher austauschen oder drumherum bauen drei vier zombies kamen bei mir grad das reicht ja auch dein ja vielleicht drei von diesen vollen neid kamen gleich alle angerannt einfach so mhm hm 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 auch egal. Ich tu mir ja meine Taschen lehren. Dim, dim, dim. Das zurück. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich hab ein Lever aufgehoben. Bam, bam. Lever aufgehoben, Lever aufgehoben. Wo war der Lever? Oh, ich weiß, wo der war. Da stand noch einer bei der Query. Nee, nee. Ich glaub der ist hinten bei der... Bei der Pumpe abgegangen... Ja die Pumpe läuft nicht mehr. Ganz oft. Bei der Pumpe von... Holz. Ähm, ja. Wow 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 wow... Jungs! Auseinander bleiben! Dim, dim... Naja, wofür sind die denn? Die Stinker spawnen schon wieder draußen Ja? Ah, die Stinker spawnen unten Jaja, die Stinker spawnen unten Ach, die kann man essen? Kann man essen Die Pilze Ok Von Botania Die brauche ich Ich brauche einfach nur unsere fetten Cobblestone-Klotz Ich muss den noch nicht beschweren Naja, der kann man immer auch drum bauen Worüber mache ich die jetzt auch nicht? Sollte jetzt alle Stinker davon wieder abhalten Brauchst oben einen Eingang Den brauche ich Brauchst du einen Eingang oben drauf Oder so, dass du reinkommst? Der Spawner Ja, irgendwie müsste ich ja reinkommen, ne? Ja, ich mache oben drauf mal einen Eingang Wäre irgendwie schon gut Alter Stinker, müsst ihr ernsthaft jetzt hier spawnen? Ja Ähm, bewegst du die Torner schon? Nein Gut Weil ich muss hier drinnen noch die Conveyor-Bells verlegen Oh, ein vollen Knight buckt hier rum, lol Nice Oh nein, ich brenne auch noch Komm her Stinker Da hole ich mein komplettes Blood-Magic-Zeug hier rüber Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Das ist nicht geil.